Als der blau-weiße Bus heranrauschte, griff Wiebke nach ihrer Reisetasche. Wenig später wurde sie von einer Staubwolke und warmem Motorendunst eingehüllt. Zischend öffneten sich die Türen. Sie ließ eine ältere Dame vorbei, die mühsam die Stufen bewältigte. Dann stieg sie ein, legte dem Fahrer das Geld hin und bedankte sich, als er ihr einen kleinen weißen Zettel in die Hand drückte. Den Entschluss, ihre Tante zu besuchen, hatte sie spontan gefasst. Nach den vergangenen katastrophalen Monaten musste sie einfach mal raus aus Berlin. Und auch ihre beste Freundin, Editha, war nicht ganz unschuldig daran, dass sie nun auf dem Weg in ein kleines Dorf an der Müritz war. Sie hatte doch glattweg ihre neue Flamme, ihrer alten Freundin, vorgezogen und war zum Pärchenurlaub nach Mallorca gedüst. Während der Bus bereits anfuhr, stellte sie ihre Tasche ab und setzte sich ans Fenster. Auf einmal schien ihr Körper mindestens zehn Pfund mehr Gewicht zu bekommen. Wiebke fühlte sich schwammig und benebelt, als hätte sie irgendein Grippemittel geschluckt. Doch wie sollte es einem ergehen, wenn man schon seit fünf Uhr morgens unterwegs war? Erst mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof, dann mit dem Zug nach Waren an der Müritz und jetzt mit dem Bus weiter in das kleine Dörfchen, das am anderen Ende des Sees lag. Gähnend betrachtete sie ihr Spiegelbild, das sie vage in der Scheibe erahnen konnte. Etwas anderes als ein Knoten hatte sie aus ihrer strohblonden Haarpracht nicht zaubern können. Ihr Gesicht war trotz des herrlichen Sommerwetters blass. Dunkle Schatten wucherten unter ihren Augen. Sie fühlte sich in diesem Augenblick wesentlich älter als 23. Wie soll man auch aussehen, wenn man eine wichtige Prüfung verhauen und den Freund verloren hat, dachte sie bitter und spürte wieder das ätzende Gefühl von Ohnmacht in ihrer Brust. Hätte sie irgendwas tun können? Die Zeichen früher erkennen? Und selbst wenn, hätte sie das Ruder herumreißen können? Sie schaute aus dem Fenster. Sonnenschein glitzerte in einem See neben ihr. Wahrscheinlich war dies einer der Ausläufer der Müritz. Ein Wohnwagen mühte sich durch eine enge Durchfahrt. Wiebke erkannte, dass sich auf dem Campingplatz, der den schönen Namen Igelsruh trug, eine Armada von Campinganhängern und Wohnmobilen tummelte. Für sie wäre so etwas nichts. Sie genoss ihre tägliche Dusche und wollte diese nicht mit einer Gießkanne und einem Baum zelebrieren. Baden im See fand sie toll. Nur nicht, wenn sie gerade aus dem Bett gefallen war. Und sie schätzt es auch, wenn das Bett nicht nur aus einer harten Matte bestand, in der sich schon nach kurzer Zeit die Ameisen tummelten. Der Hof ihrer Tante war perfekt. Allerdings wusste Wiebke nicht, was Larissa zu ihrem Auftauchen sagen würde. Seit sie an die Müritz gezogen war, hatten sie sich nicht mehr gesehen. Sie war die Schwester ihrer Mutter. Doch vom Typ her waren beide grundverschieden. Während Josefine grundsolide war und früh geheiratet hatte, war Larissa fantasievoll, verrückt, chaotisch, ledig. Und für alle ein großes Rätsel. Niemand wusste so recht, was sie trieb. Außer, dass sie vor zwölf Jahren einen Hof gekauft und sich dort niedergelassen hatte. Über die Gründe dafür schwiegen sich alle aus. Auch ihre Mutter. Einmal hatte sie angedeutet, dass Larissas Flucht etwas mit einem Mann zu tun gehabt hatte. Damit war die mütterliche Erzählstunde aber auch schon wieder vorbei gewesen. Bevor Wiebke weiter über ihre Tante nachdenken konnte, hielt der Bus. Als sie aus dem Fenster blickte, erkannte sie, dass sie ihr Ziel erreicht hatte. Strelin stand verwaschen an der uralten Bushaltestelle. Erschrocken sprang sie auf und klaubte ihre Reisetasche unter dem Sitz hervor. Im nächsten Moment ruckte der Bus wieder an. War überhaupt jemand ausgestiegen? »Halt, halt, warten Sie!«, rief Wiebke panisch, während sie sich gegen die Fliehkräfte nach vorn kämpfte. »Ich muss hier raus!« Hörte sie der Busfahrer überhaupt? »Hörte sie der Busfahrer überhaupt ?«.